Hallo back auf der EICMA und endlich, endlich, endlich sind wir am Yamaha Stand angelangt und sind bei der schönen, schönen, schönsten Frau eigentlich auf der ganzen Messe, die ihr finden könnt. Und wir zeigen euch die mal, die TNW natürlich, und zwar, Entschuldigung, okay, wir machen trotzdem weiter, also es geht um die neue TNW 700, die World Grade Edition sehen wir hier, ist ein bisschen die verschärfte Version von der Yamaha TNW 700, die ganz neu rauskam, die ihr auch hier oben stehend seht, von dem her, bei der TNW 700 World Grade Edition handelt sich um die ein bisschen aufgepimpte Version, ähnlich der R-Version wie bei KTM und ich muss sagen, es ist definitiv eins der Bikes, die mich am meisten flässt auf der EICMA, nicht nur, weil ich selber aus dem Enduro-Sektor komme, sondern halt einfach, weil Yamaha irgendwie auf die Kunden gehört hat, und zwar besser als alle anderen Marken, weil wir vorher schon mit dem Yamaha Chef gesprochen haben, den wir hoffentlich nachher auch noch kurz interviewen können. Und es ging um die Thematik Elektronik, was ich sehr spannend finde, ist, dass Yamaha bewusst sagt, wir lassen die Elektronik aus den TNW weit möglichst weg, jetzt mal abgesehen von dem TFT-Display, das aber auch nicht unbedingt benötigt wird, um irgendwie ans Ende der Welt zu fahren, aber sie lassen die Elektronik bewusst weg, damit man eben die Möglichkeit hat, dieses Bike überall auf die Schnelle auf der Welt schnell zu reparieren, kostensparend zu reparieren und auch definitiv eine Gewichtsersparnis hat, was mich sehr, sehr gefreut hat. Kommen wir bei der TNW mit einem 16-Liter-Tank, mit einem vollen 16-Liter-Tank, knapp unter 200 Kilo und das finden wir richtig cool, weil da macht es auch definitiv Sinn, von dem großen Adventure-Tour ein bisschen down zu graden, auch ein kleiner und dafür auch noch an die letzten Ecken der Welt zu gelangen. Wir sehen uns die TNW mal ein bisschen mehr im Detail an. Was mir sehr, sehr schön gefällt, ist, man sieht auf dem Fender vorne, dass man mit den Schrauben, hier jetzt nicht bei der World Rate Edition, bei der Originalen sieht man es, kann man hier noch die Schrauben höher stellen, sprich den Fender automatisch ein bisschen erhöhen. Unglaublich praktisch, wenn man irgendwie durch den Matsch fährt oder man den Fender ganz weglassen will, weil man aber nur durch den Sanddruck, auch extrem schön finde ich, dass auch die Standardversion diese wunderschönen blauen luxierten Felgen hat, was mir persönlich extrem gut gefällt. Auch die Carbon-Teile von der TNW World Rate, beziehungsweise die Carbon-verzierten Teile, weil es sind keine Original-Carbon-Teile, aber die Verzierung macht auch einiges was her und was ich ganz, ganz cool auch finde, bei der TNW dann, wie sie rauskommt, ist die Sitzbank geteilt, das heißt, den hinteren Teil kann man wirklich abnehmen und nur noch Gepäck raufladen, sieht man bei der World Rate Edition jetzt leider noch nicht, zeigen wir euch nachher vielleicht dann kurz beim Interview bei der Original noch, aber es sind auf jeden Fall sehr hochwertige Komponenten verbaut und auch wenn wir den Motor anschauen, dann sieht man, dass sehr, sehr viele Teile so gebaut sind, ob es das Gasseilzug oder sonst was ist, ah, sorry, nicht der Gasseil, ist ja hydraulisch, aber der Kupplungstug zum Beispiel, was bei dem Modell noch mit einem normalen Kupplungsseil funktioniert, auf die Schnelle einfach ausgetauscht werden kann, ohne großartige Problematik. Und, ja, was soll ich sagen, TNW ist dem Spirit treu geblieben, reise um die Welt mit möglichst wenig Elektronik und überall die Möglichkeit einer günstigen Reparatur von dem Bike und das ist schon richtig geil, vor allem mit dieser Gewichtsklasse.